Moin liebe Angler! Wir sind heute mal wieder hier in Schweden zum Hechtangeln. Heute haben wir uns einen neuen Plan ausgedacht, da wir gestern ein Survival-Tag eingelegt hatten und nur das Ziel war ein Hecht zu fangen, haben wir uns heute vorgenommen für die Kamera und für euch Hechte zu liefern als Fotomaterial. Wir werden unser Bestes geben. Wir sind hier in einem typischen Revier, wo wir für Jahren schon mal waren. Das sieht hier hinter uns spektakulär aus. Wir haben viele Felsen, flaches Wasser und wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder hier viele Hechte am Band kriegen. In der Hoffnung, dass wir was fangen. Bis später. Petri Heil! Bellen Liebe Leute, vorhin haben wir da hinten versucht, ein Hecht zu fangen. Wir haben uns abgemüht, leider ohne Erfolg. Daniel versucht jetzt hier, diese neue Taktik anzuwenden. Vielleicht hat er Erfolg. Wenn das hier nichts bringt, werden wir uns eine neue Location aussuchen. Setzen wir uns ins Auto und fahren noch ein paar Kilometer weiter ins Landesinnere. Vielleicht haben wir da Glück, eine windgeschützte Bucht zu finden und dann ein paar Hechte auf die Schuppen zu legen. In diesem Sinne, Petri Heil. Petri Heil. Petri Heil. Petri Heil. Petri Heil. Petri Heil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.